Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, machen die Wolkenkinder das, was Wolkenkinder am besten können. Sie kümmern sich um den Himmel. Zeit für dein Schläfchen, kleiner Stern. Ich habe sehr gut geschlafen, aber du bist bestimmt sehr müde, nachdem du in der Nacht gefunkelt hast. Schlaf gut, kleiner Stern. Jetzt ist es aber Zeit, Baba Grün zu helfen. Und los, auf zu Baba Grüns Gartenwolkenpony. Hm, das hört sich nach Bobo an. Sag mal, kann es vielleicht sein, dass du über mein Bilderbuch lachst, Bobo? Hä? Ja. Lustig. Aber das soll kein lustiges Buch sein. Da sind doch alle meine gemalten Bilder von uns drin. Guck mal, Flippu. Lustiger Baba Blau. Baba Grün nass gemacht. Oh, Baby. Da, Regenbogenbaby. Oh. Bobo, Regenbogenbaby finden. Regenbogenbaby. 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 Hä? Hallo? Regenbogenbaby? Buh. Ich bin es. Ja, Fluffy. Wonach suchst du denn? Regenbogenbaby. Kann ich helfen? Ich liebe es, nach Dingen zu suchen. Okidoki. Also, wie findet man ein Regenbogenbaby? Hm. Ha. Vielleicht fragen wir einen Regenbogen. Ja. Whee! Ich bin es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020